Heute spielen wir das allererste mal wieder einen Cup und zwar FNCS die Woche 2 und zwar mit niemanden geregelt als mit Alvi Wir landen jetzt hier vorne beim Bahnhof Alvi bist du bereit? Ich bin ready, let's go Wir sind drin Let's go Bro Und jetzt wird auch mal endlich mal wieder die alten Cups zerstört Oh mein Gott sind wir contestet Alvi ne? Ja das kann gut sein Digga ich höre so viele Leute Wir haben beide einen Low-Strupp Einer ist hier gelandet bei der Kiste Alvi Der konnte gleich kommen Du hast direkt einen blauen Pump oder? Der kommt runter, der kommt runter Wo ist der? Der kommt von der Kiste Von der Kiste Er läuft hier Achso ich weiß nur Der hab ich dann Der hab ich nur noch prozentig dann Hol ihn dir Alvi Hol ihn dir Let's go du Maschine Der hat ne Pump oder? Der hat ne blaue Pump Ey gönn irgendwas Bruder ich brauch ne Pump Nein du kannst mir die Druck Pump Du und? Ey die ist viel besser die die du hast jetzt Dann Dann spiel du die Ja ne Schüsse Wir sollten weg hier Wir sollten hoch hier um das zu den Bären oder? Äh Oh mein Gott Digga ich bin low Die werden halt für Takes die ganze Zeit gehen Ich hab halt nur den Blue Pump Oh der kommt hinterher Alvi müssen die fighten Der geht weg Der geht alles gut Versteck dich einfach Der Mate kommt Ja ich bin tot Ich bin tot Ich muss irgendwie zu dir in die Box kommen Alvi Ich hab halt selbst nur 10 Bills ne Ich hab gar keine Bills mehr Oh mein Gott Zero Bills Zero Bills Die sollen einfach weg gehen Die sollen einfach weg gehen Digga Er droppt Minis Er droppt Minis Er droppt ihn die Wall 100 100 100 Crack der andere Okay nice Aim nur ab der Typ hier Der ist übel schlecht Was macht der? Der ist einer Der ist einer Die kriegen wir alles gut Nicht hoch gehen Jonas Nicht hoch gehen Ganz gut ich hab ihn bloß gefinished Ich brauch die Ich bin tot Oh nein geh hoch geh hoch geh hoch Ich brauch die Bandagen Kriegst du Jonas Fix den Let's go Let's go Let's go W's in chat W's in chat W's in chat Also wirklich komplett Ich hoff da ist kein Team mehr ne Wir sehen mal immer noch 62 Leute Müssen die direkt weg Alvi ne Ja 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 Ich geh einfach nach hinten weg zum Loot Okay wieder Ich hab gepusht Nein Probier durchzuziehen wenn's Okay Stark Guter Hit Probier nochmal so nen Hit zu geben Der ist da knockt Der ist nicht gut der ist nicht gut Die sind nicht gut Jonas Ja ich weiß Stark Die kriegst du sogar die kannst du kriegen Alles gut Was macht der denn? Stark Die kannst du kriegen real talk Ich hab Angst dass noch ein Team kommt ne Uh das meine ich eben Nein von der Seite Probier zum Jumper zu kommen irgendwie Ins Haus erstmal rein maybe Boah Oh mein Gott die sind so schlecht diese Aura Skins Ja in dem haben die die Spray besser genommen Die sind so schlecht ne Oh mein Gott Du bist viel besser als die Du bist viel besser als die Guck mal guck mal was die macht Geil die kriegst du die kriegst du jetzt Stark Jonas Finish am besten Du bist so gut du bist so gut Jonas Pulli beide sehr gut Ich will wieder die Ws flattern sehen Oh mein Gott Digga Oh mein Gott Ich bin der Beste Ich bin der Beste Nein 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 Probier es einfach Wenn es nicht klappt alles gut 75 sehr stark Die kriegst du auch Die kriegst du auch sag ich Die kriegst du auch Nein 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 Schade egal Alles gut alles gut 26 white Raust du die zweite Runde jetzt Komm schon Ich bin grad heiß Ich glaub richtig heiß gerade Komm schon Wir gehen jetzt rein Ja sind wir Stimmt Aber wir haben eh nicht Ich hab ein Grappler Albi Ich hab alles diese Runde Oh mein Gott hätte ich das letzte Runde gehabt Und ich hab sogar Sniper Albi Grappler Pump Blauer SMG Bären Ich hab alles Albi Lass mich dir mal einen schönen Salat machen Albi Ich hab hier viel cool Wollen wir für Peter Griffin gehen? Die laufen hier vorne rum Ja können wir eigentlich schreien Ich kann vielleicht einen Headshot snipen von denen weißt du Hey es wird gedroppt Peter Griffin wieder ja Das heißt die fighten da Das heißt wir können die rein theoretisch clearen Ja die sind genau vor uns Komm mal das liegt einer glaube ich Ja ich kann die vielleicht Headshot snipen Ja mach 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 Komm mal das schillt einfach nur da Ja 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 Mach bitte mach bitte mach bitte Mach bitte Beinah meine Wall Er läuft raus Digga Hey er ist one Och Digga er ist white der Travis Warum läuft der denn so dumm raus? Ok das sind viele Muss chillen Warum läuft der denn raus so dumm mann Warte vielleicht kann ich einen snipen Probier nochmal zu resen Der da noch? Nice Warte Schieß Mach einfach zu mach einfach zu Dreh die Cone hoch genau Und nochmal die Wall auch Warte 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 Die fighten alles gut Mach weiter Die werden nochmal gefightet Von einem anderen Team Meine Wall Er geht hoch Er geht hoch bei dir Holy Beast Holy Beast Holy Beast Alvi Er ist raus Er ist Holy Beast 100? Dead? Wichtig Hier ist glaube ich noch einer Alvi Ja ok Er ist mit der Young Er wurde gedroppt Alvi Er ist mit der Young Aber wo ist die Pump? Wahrscheinlich das ist noch der andere Oder so Er lebt wahrscheinlich die Pump Hier unten Er ist cracked Er ist cracked Wollte spiel Er geht weg Was Hilfe Du musst bei sowas komplett offen machen Du hast mich geblockt Ich hab alles Ich hab alles Top 18 Alvi Da kommen die Punkte rein Wir haben schon 4 Kills Irgendwas angezeigt So was Gegner machen Wir können die da vorne pushen Alvi Sind da wirklich welche? Ja Er macht auf Er hat die mythische Pump Safecoil Er hat die mythische Pump Zun 2 Zun 2 Zun 2 Ich hab Vor 40 principalmente Mehr Jager Gärtlich Richtig? Er ist ein Medaillon, Medaillon. Alles gut, ich halte für dich. Er würde sich ja aufmachen, er würde sich ja aufmachen wahrscheinlich. Ja, alles gut, ich fight ihn davon. Fünfziger? Geh mir jetzt ein Schild fisch kurz. Ist er oben oder wo ist er? Fünfzig, cracked, fünfzig weit. Bin bei dir? In der Nux. Er ist one shot, er ist one shot, Alvi. Ein Problem sprain. Sehr gut. Let's go, Junge, wir sind on the red pitch. Alvin, ich hier. Ab in die Pro-Karriere, sag ich. Was für Content Creator, chat, he? Wo sind die Content Creator? Ich seh bloß acht Kills on the board. So, wir gehen zum nächsten, wir gehen zum nächsten Medaillon. Drei Medaillons vor uns, ne? Oh mein Gott, ja. Die sind hier drüben, oder? Ja, ich seh da welche. Die fighten, Alvi, die fighten. Komm, komm, der Reason, der Reason-Skin. Knife, 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 knife. Also nicht Hatchet-Snipe, aber Brody-Snipe. Ich geh hoch, ich geh hoch dann, ich geh hoch jetzt. Dead. Dead. Ich bin bei ihm, ich bin bei ihm drin. Dead. Der Metis aber, hier bei mir. Ja, raus, 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 raus. 100, 100, 100. Let's go. Let's go, Alvi, let's go. Da, wir sind die Content Creator. Zum 8. Mal hol ich Alvi hoch, let's go. So gut, Alvi, so gut, so gut, so gut. Wir gewinnen die Runde, so safe. Hier kommen noch welche, Alvi, ne? Ja, Medaillon, Medaillon vor uns, irgendwo. Äh, auch nicht, dass du Hatchet-Snipe bist, oder so. Ja, wo ist der? Oh mein Gott, der Snipe, der Snipe, der Snipe, der Snipe. Oh mein Gott, da oben. Da oben, beim Baum, beim Baum. Ja, 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 ja. Kopf, Digga. Hier sind noch zwei Leute. Es ist noch ein, es ist noch einer. Geh hoch, geh hoch, geh hoch. Es sind zwei, es sind zwei. U-Box. Oh nein. Oh mein Gott, ich wurde gesnipet, Alvi, ich wurde gesnipet. Geh runter, geh runter, geh runter. Oh mein Gott, an meine Wall. Ja, komm raus, komm raus, komm raus. Hier an der Seite, komm raus. Ja, ja. Runde kommt. Auf von uns, der wurde gesnipet, Alvi. Der Reasons, der wurde gesnipet, hier an der Seite. Add it. Wichtig? Er hat eine Medaillon. Ich hol's mir kurz. Ja. Ne, er kann's. Oh mein Gott, ich hab so Angst gesnipet zu werden, Alvi. Aber wir sind sogar in so. Ja, wir sind's, Alvi, wir sind's. Komm einfach hoch, komm einfach hoch, wir stehen high. Ich hab nicht so viele Meds, aber wir machen das, Alvi. Wir gewinnen die Runde. Ich kann vielleicht die snipen. Hey, der Snipe! Rüber, 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 rüber. Er ist hier unten drin, er ist unten drin. Er hat das Medaillon. Halt auf. So gut, Alvi. Die sind um in den Busch, die sind um in den Busch. Die rotieren da auch rein. Die sind in den Busch und fighten. Blut, der Snipe im Busch. Ja. Ander set. 25er. Die Runde geht zu uns. Alvi, ich hab heilt. Ja, wir werden gesnipet, Alvi. Ich glaub, ich wurde gesnipet. Ich nicht, ich nicht, ich nicht. Komm mal drüber, rüber, rüber zu mir. Das ist rein. Er ist hier. Er ist hier. Wir müssen vorrötieren, Alvi. Geht du vor, ein paar hoch, okay? Ich komm nach. Ja. Oben drauf sind wir auf high. Dead. Sniped. Nice. Ich bin dann falsch eingestorben. Alter, ich bin so dumm. Nein, bitte mach es. Pass auf. Von oben, von oben, von oben, von oben. Pass auf. Was denn? Du kannst doch bloß ein Heal erfen, ne? Pass auf. Oh, sehr gut. Oh nein. Oh, sehr gut. Sehr gut, das ist es du. Du brauchst die, braucht die, braucht die, braucht die, braucht du die, braucht die . Du musst rein, du musst rein, du musst rein, du musst rein. So, ne geht vor. Oh, mein Gott. Unlucky, Alvi. Unlucky, Alvi. Ich hab geprowed, ich bin an Feilschaden gestorben. Wie cringe hat das denn bitte? Runde 3 geht los, Alvi. Oh boah, alter. Mein einziges Ziel ist, das ist nicht an Feilschaden zu geben. Oh boah, leider. sterben vor mir zwei stück 70 70 70 70 ich könnte darüber gehen ich mache ich auch auf ja machen auf crack unter 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 16 wieder warte white 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 aber ich bin auch weit wichtig und ich will nicht mehr du bist das ein bisschen riskier war auch ein bisschen riskier dachte ich viel lower wichtig alvi im drei kills anders du egal ich habe auch der mensch gemacht du kannst du mitnehmen oder medkit also ich kann das nicht mitbringen du musst das jetzt holen ich hole mir hier einfach ein big pot glaube ich dann kannst du ja trinken ne ich bin 125 gold kann ich dir gold droppen nicht oder doch oder ja wir sind so raus ich kann mal gold droppen wer weckt komm runter ich bin fullbox hier also eingebaut meine ich mir geht es noch gut komm einfach zu mir den habe ich gesehen den habe ich gesehen oh die fight michael da war flopper halt bitte du musst doch sagen ich habe doch gesagt nein nein bitte komm einfach in meine box ich habe keinen white life alvi ja ich auch nicht wir müssen gleich raus irgendwo er macht auch 100 oh nein ich muss hin warte komm runter komm runter ich komme hoch ich komme hoch ich komme hoch 1 shot dead yes 1 HP 1 HP wo ist er 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 er ist unten er ist in die zone ich habe anzone alvi ich habe anzone 100% ich habe den kill bekommen hast du ihn oder was ich habe den kill bekommen ja ich habe einen kill bekommen ja von 100 von 100 oh mein Gott 1 HP alvi bandaschen bandaschen komm wir können nochmal rein eigentlich oder wegen zone gleich nein 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 würde ich nicht warum nicht wir sind doch nur einer tics oh mein gott alvi das wir das überlebt haben ist bodenlos ne ich glaube wie greedy die waren ne ja ja ultra ja gut ich dachte ich bin halt solo ne oh die haben einen saft let's go ich bin in zone jetzt oh mein gott vor mir noch mal ein gegner ich sehe mich ach man ich bin auch hundertprozentig tot ja ja die sind drei plopper alvi ich kann versuchen deine karte zu holen sind die da immer noch alvi die laufen die laufen gerade weg siehst du ne ne aber dann gehe ich hin unsere cage ist ja auch noch vor uns ne ja dann re-reven einfach am ding ins und dann gehst du zur cage und aktivierst ihn und dann hole ich mir den loot davon ja kommt der klatsch junge geil 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 ja flieg dir einfach instant hin oder du kannst auch deinen loot holen oder ja nächste saison ist aber 2 artig wahrscheinlich ja ich habe so viel gold ich kann hier medkits kaufen hier ich habe auch gold ein medkit kann ich dir kaufen komm hier links lang aber lass rüber lass rüber über dir hier kommt noch weg hier kommt noch weg hier kommt noch weg hier kommt noch weg 50 was auf geht einfach rein das ist viel wichtiger alvi ich halte hier alles gut ich weiß nicht warum die so akkursiv spielen auf weitere boxen einfach du kannst zu mir eigentlich kommen ich bin eigentlich hier sehr ich kann zurück gucken die leute von dir 37 die beide oh mein gott ich habe gespielt ich habe keine meds mehr alvi und bau einfach bau einfach nur siphon nur siphon um drauf net er hat mich gut gehittert alvi ich habe guten meds ich habe vier flop ich habe vier flop ich habe vier flop er ist ein gegner ich habe keine meds mehr keine meds mehr ja ich hatte keine meds mehr alvi ich bin tot glaube ich stay auf jeden fall die drei medkits duo jetzt gibt es richtig placement top 7 du bist der einzige solo du bist der einzige solo in dir in dir gerade egal gut gespielt top tier ok let's go lass einfach kurz hier paar sachen und dann direkt weitergehen zu unserer loot route hier fliegen wir hier fliegen wir er fliegt hier vorne oh ich wollte gerade sagen warte noch check out check out check out i will place a bit of save wenn er der dual mate kommt der ist solo der ist solo jonas er ist hier warte ich komme von oben ok du müsst euch gehen set ohne spiel set oh mein gott ich bin hier rausgelaufen warum laufen wir denn so aggressiv immer raus geht das weiter oder hier unten ist noch eine mythische chess die ganze Zeit den noch niemand genommen hat das ist eine falle das ist eine falle das ist eine falle ich spiel jetzt mal die goldenen er da ich komme hier ich komme hier was machst du denn für ein e-mode ich wollte einklatschen ich will den zug aber taken hier sind welche direkt auch noch der läuft der geht weg der geht hoch ja 38 70 70 auf ihn hier ist einer er geht weg mit dem grappler wir brauchen den eigentlich gegen den grappler fight ihn ich versuche mit bär hinterher zu gehen direkt das war nicht viel let's go alvi du bist eine maschine und es weißt du auch nichts geringeres bist du alvi ich liebe dich so sehr komm her ey hey bam junge let's go alvi grappler ist wichtig für das endgame für dich und für dich ja damit ich einen teammate habe das ist true man hat die insel eingenommen hier oh mein gott jetzt kriege ich hier aus der kiste ein grappler alvi ja der grappler komm hier oh der hund ist cracked auf den müssen wir droppen der ist und ist cracked der ist cracked hier der ist cracked aber oh nein er ist dead ich habe den loot ach man wie nervig nur bären bergruntersliden vielleicht über rechts müssen wir halt also den leuten da vor uns hinterher siehst du die ja 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 wobei ne ne über links über links an denen vorbei über links an denen vorbei also hier hoch praktisch ja ja ich muss kurz ich muss kurz chillen bis mein grappler wieder da ist fight mich alvi glaub ich also wenn du zu mir kommen kannst die fight mich ja ich versuch's ich kann zurückgucken ich kann zurückgucken ich kann zurückgucken kannst du rein rotieren ich spray die ganze zeit ich spray die ganze zeit ich spray die ganze zeit geh rein geh rein spray mich jetzt auch willst du nicht ich muss mir jetzt deine pärin langsam droppen jonas also jetzt brauche ich sie wirklich äh ja ganz außen guck mal da hinten mit metal da rotiert glaube ich ein solo im wasser da oder ja ist ein duo aber ja ich habe angst gesnack zu werden ich habe angst gesnack zu werden ich habe angst gesnack zu werden bei dir nein digga er wird nämlich headshot sniped ich habe viele die grieft was sind wir alvi was sind wir alvi das beste du wir sind tiger junge wir sind tiger und wir greifen jetzt an okay du hast den besten job alvi mit abstand du hast abstand den besten job ja 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 ne geh du rechts rein geh du rechts rein ich lauf in mitte da läuft hier hinten alvi hier hinten du kannst aufs dach der da noch der andere kommt der andere kommt er hat ein Ding dran er schießt er schießt er ist kaputt er ist kaputt okay 25 blue er geht weg er will weg schau ihn dir an er kriegt er kommt er kommt er steht drinnen hinter der tür hinter der tür er wartet einfach los schau ihn dir an ja alvi was sind wir was sind wir alvi was sind wir wir sind tiger und nix geringeres let's go w's man irgendwo steps pass auf ja hier drin ja bei mir auch 40 wir sind 1 gegen 1 alvi oh mein gott also warte pass auf pass auf die sind beide oben jetzt oder ja ja crack 75 quad nein das ist nicht 75 quad aber crack okay okay ich geh hoch ich bin noch nah ich bin noch nah crack 75 quad bei dir beide kommt der andere kommt 50 auf den anderen der andere kommt 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 der andere geht weg der andere let's go dann müssen wir startleakling gehen ne ich hab nur einen stillfisch zum healen ne 120 auf ihn 100 ohne spiel ohne spiel auf den travis ich bin hier einfach auf so einer zip bleiben komm zu mir komm zu mir ich hab so viele ich hab so viel getankt das ist echt krass ne ich hab dem echt mindestens 250 schaden gemacht immer wieder voll immer wieder voll pass auf die kommen die mit peter griffen die wollen auch safe in den fight reingehen du bist ne maschine alvi du bist ne maschine nichts geringes w ist in den chat für alvi let's go alter was liegt hier alles oh my god ich werd glaub ich an zone sterben ne weil ich den bleib aber nicht finde der war irgendwo auf der etage ey 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 ich hoffe ich schaffs ja ich schaffs ich kann doch nicht ich kann doch nicht lass mich hin ich hab fast keine hp richtig du bist ne maschine hat er white life oder so kannst du irgendwas mitnehmen alvi ne er hat kein white life ja das ist unlucky bring den mats mit oder so ich hab 0 builds alvi 0 builds for you ich versuche irgendwie in die zone reinzukommen du musst zu mir kommen du musst für mich bauen ja ich baue hier alles was ich kann oh my god bau 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 komm 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 kannst du droppen kannst du droppen ja ja hier oh my god lass den klatsch ich hab nur ne pump dabei ne ey ey ich überleg grad ob wir in die rein sollen ne 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 lass die runter lass die runter alvi hinten runter hinten runter hinten runter ich stell mich jetzt ganz kurz hier oben rein komm komm ja hier warte ich bin full die kommen die kommen die kommen wir müssen nicht fighten jonas wir müssen 80 nein 30 wir müssen wir müssen jonas wir müssen ja ja die sind hier unten eingeboxd ne solch schiss da oh my god fader er hat mich gehittet oh komm lass die box fighten 100 mach auch drauf ja geh 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 schütziger oh mann 1 ap das steht alles entscheidende runde die letzte runde wir haben jetzt nur noch drei minuten also wir können eh keine runde mehr ausspielen jetzt kommt drauf an alvi nicht wir müssen jetzt kommen wir gas geben alvi kommt schon wir machen das jetzt 250 punkte werden jetzt wirklich die runde gewinnen mit ein paar kids können wir uns rein theoretisch fast noch callen also es ist noch echt spannend ich weiß nicht wo alvi ist alvi springt nicht raus nein das ist der bruch das ist der bruch er hat rausgesprungen okay alvi ja wir machen das jetzt alvi ich glaube wir sind ankommen oder ne wir sind nicht ankommen aber du hast echt ein giga droppt ich glaube direkt für das Haus okay okay wir sind gucken oder wir droppen da für die insel warte 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 ich geh auf den zug oder nein nein das ist dumm echt für die chest denn wir auf den zug ja mach was du willst wenn du sagst das ist es dann geh ich glaube schon oder also ich bin jetzt auch full schild ja dann komm wieder zurück aber jetzt nicht dass du jetzt gefeiert wird dir wirft jemand nays ja ich sehe es die werden mir auch angezeigt ja der läuft da rein der läuft da rein zwei leute zwei leute laufen da rein oh ja warte in dem haustart sind zwei leute drin ja 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 kannst du sie sprayen dann kommen sie vielleicht hinten raus ja 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 warte 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 was machen die ich sehe 29 ja der kommt raus 50 die fighten mich die fighten mich ok komm ich komm ich komm ich komm ich bin noch ein high ich bin da ich bin bei dir ich bin genau bei dir ich bin der einziger jetzt gehen die hoch quick 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 die greifen beide ich hab nichts getroffen nichts kein einziges alles gut alles gut sind die komplett durchgezogen ich weiß es nicht ja ja die sind hier hinten irgendwo aber wir haben genügend search rüber gemacht komm hier schießt jemand da hat jemand versucht auf mich zu snipen ja 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 da oben da sind welche ja die kommen auf mich die kommen auf mich der aimt auf mich der die kommt zu zweit auf mich ich komm ich komm ich komm ich komm alles gut ich hab mich eingeboxt ich boxe dich auch ein die machen nichts die gehen weg die wollen durchziehen der reason skin der ist immer noch da er ist weggezogen ich muss das erstmal metzfarmen oh mein gott ich wurde gesnipet 90er cracked wie ich koste mit diesem ding voll ich bin auf high warte 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 ich muss mich kurz hielen ne ja alles gut ich bin auf high er crankt so krass hoch ich bin aber immer noch da oben er geht zurück es sind nur noch einer hier das sind die mit dem medaillon ne zappt hier einer zwei zappen hier es sind zwei leute hier jetzt 45 70 60 äh 90 auf den cracked 26 white der ding ist reken reken nice stark komm mal hier runter komm mal hier runter zu mir bitte oh mein gott ja bei mir andere reken andere reken andere reken 100er komm runter ich mach ne box komm her ich bin bei dir ich bin bei dir wir sind Tiger oh mein gott ich bin passiert ich bin auch tot ich bin auch tot nein oh mein gott wie viele deiner andere andere nein jungen wie viele waren das denn bitte schade 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 jungs das war's mit dem video weil ich diese art von video gefallen hat sehr 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 gerne ein abo auf diesen knaller ich habe jetzt in zukunft wirklich wieder super viel bock mit all die turniere zu spielen auch solo ich bin jetzt raus wir sehen uns wieder in drei tagen bis dann ciao